Yo friends, was geht ab jetzt? Ich komme zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal, heute wieder was ganz Neues, ähm, wurde mir zugeschickt, tatsächlich, von der Person selber, da ich von dem lieben Yuji weiter empfunden wurde anscheinend, ähm, was erst mal sehr weird für mich ist, aber, ne, egal, ich freue mich trotzdem darüber, und jetzt sind wir nämlich hier, in einem neuen Track, und zwar, boah, ich werde es so fett falsch aussprechen, ähm, Flozen, also ich hoffe, dass es richtig ist, und, Suicide, Suicide, sowieso wahrscheinlich, ich hab keine Ahnung, vielleicht spricht man das doch einfach Suizid aus, ich hab keine Ahnung, Auf jeden Fall heißt das Ding, Headshot, es ist produziert von, ja, das, die Mühe mach ich mir gar nicht erst, das werde ich nämlich so fett falsch aussprechen, das weiß ich jetzt schon, ähm, Ähm, okay, Mix & Mastering ist von Con, wer Con nicht kennt, äh, hat auch nen Trick zusammen mit Yuji, äh, Helga, Und, ja, 3 Minuten, hier geht das ganze Ding, hier ist auch noch der Beat drin, Ist jetzt schon ein bisschen älter tatsächlich, 12.08.2023, also schon immer ein Jahr her, Ja, nochmal hier kurz gucken, was hier noch so alles online ist, ähm, okay, irgendeine RBB-Qualifikation, ist da noch ne MBT-Qualifikation, gut, ich hab JBB mitbekommen, ich hab keinen Plan, was RBB und MBT ist, Ähm, ja, anscheinend auch noch ein ABC, ähm, ja, keine Ahnung, egal, ist ja auch egal, Hier sind auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen dabei, und ich würd sagen, ich laber gar nicht, wir gehen direkt rein in das Lied, so, Das Leben ist nicht wert, wer das anders sieht, lebt verkehrt, ich habe mir immer schon gesagt, ich beende mein Leben mit einem Headshot, Und heute steh ich noch da, fühle mich wie ein scheiß Bastard, das war ein Wichser, das haben deine Eltern schon zu dir gesagt, Schädeldecke aufgeknackt, verteile Headshots, sag und nacht, auf diesen scheiß Cage, Spaß, der Versager frisst den Brottschein, ja, komm mir nicht mit Billigwein, richte mir den Abziehen gleich ein, schiebe wieder ein Breakdown und steche da noch oft in der Eltern nach, Mach ein Crip, Oh, das war ein geiler Effekt, Das war ein geiler Effekt, warte mal, den will ich nochmal hören, Mach ein Crip, Komm auf den den Scheiß, Hab du Pisser, Halt mal deine Fresse, Deine Game steht nur auf, Scheiß nur den Kindern, Dieser Yo-Kai ist ein absoluter Wichser, Wenn deine Scheiße feiert, Bist du mich halt ein Pisser, Wir teilen Headshots aus, Mutterfick, Ja, hol mal bitte deine Crackbrokes raus, Wir sind gestört und ballern jeden Tod, Du bist in Lebensnot, Denn wir fliegen los, Kamikaze, Jetpilot, Wir teilen Headshots aus, Mutterfick, Ja, hol mal bitte deine Crackbrokes raus, Wir sind gestört und ballern jeden Tod, Du bist in Lebensnot, Denn wir fliegen los, Kamikaze, Jetpilot, Fick deiner Wolke auf, Fick deine Glicks, Halt einfach die Schnauze, Dann führst du Pasta den Brottschein und ich verbrenn dein Zuhause, Jeden Tag am Wichsaugen, Doch davon rappen, Wie man Bunches fickt, Ihr Misthaufen werdet von mir mal trittiert und weggekippt, Und besser die Flöße zu, Denn sonst gibt's noch nen Messerstich, Hab euch anvisiert und ballern die Zeilen los, Wie beim Ende klick, Die lächerlichen Pucks werdet von Flo und mir so weggewinst, So dass ihr in der Luft zu Staub zerfällt, Wie beim Ende klickst, Und dieser Joker ist ne eierlose Trunde, An dein Ekelhaftersau wird nur gefeiert von Palisien, Was auf Einerlich und Kalk um deine Scheiße hochzupuschen, Bist der Abschaum dieser Szene wie die meisten deiner Kumpels, Wir teilen Headshots aus, Muttaficker hol mal bitte deine Crackrocks raus, Wir sind gestört und ballern jeden Tod, Du bist in Lebensnot, Denn wir fliegen los, Kamikaze-Champi-Loot, Wir teilen Headshots aus, Muttaficker hol mal bitte deine Crackrocks raus, Wir sind gestört und ballern jeden Tod, Du bist in Lebensnot, Denn wir fliegen los, Kamikaze-Champi-Loot, Geiles Ding, Geiles Ding, Geiles, geiles Ding, Sehr geil, Auch wenn ich sagen muss, Dass ich tatsächlich sowas, Also diese Richtung Nicht so wirklich höre, Es ist trotzdem ganz geil, Sowas mal zu hören, Kann man es nicht auf jeden Fall geben, Bloß nicht, Ich würde mich gerne interessieren, Ob er hier nur Beats hat, Naja, tatsächlich, Das ist auch wieder so ein Oni-Beat-Channel, Das ist jetzt halt hier der Beat, Der Beat heißt eigentlich Void, Anscheinend, Aber geiler Beat, Geile Beat war auf jeden Fall, Auch das Mixed Mastering mit den Effekten, Danach von Con, Sehr geiles Ding, Absolutes Gesetz, Kann man sich auf jeden Fall geben, Bin ich ehrlich, Schau euch den Link da auch unbedingt in die Videobeschreibung rein, Ähm, Ja, Ey, Leute, Ihr wisst, Was zu tun ist, Liken, Abonnieren, Du locker achte, Ihr werdet, So, Ein Deutsch, Egal, Leute, Wenn es euch gefallen hat, Dann, Lasst, Like und Abonnern, Schaut in die Videobeschreibung, Da ist alles verlinkt, Und dann würde ich sagen, Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Haut rein, Bis dann, Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Bis dann, Bis dann,